Stahl aus dem Sauerland? Das geht doch gar nicht! Oder etwa doch? Hier wird der Alte verarbeitet. Der Stahl aus dem Sauerland. Zumindest, solange welcher da ist. Was los? Kein Stahl mehr da? Wo kriegen wir jetzt neues Material, ja? Hallo Jan! Hi Corina! Die kümmern sich hier um den Nachschub. Corina, Kaltbahn C60. GKZ geglüht. 125 mal 3. Das ist doch gar kein Problem. Willst du es gleich mitnehmen? Oder sollen wir es liefern? Ach, dann nimm es gleich mit. Markus, schick dir mal hier in den Jan Ruben. Alles klar. Danke. Hi Markus. Jan, grüß dich. Ich hab mit Corina gerade schon besprochen. Hier fahren ruhig 5 Tonnen. Lass mal schauen. Ich denke, das träge ein. Also hier wird sich doch wohl was finden. Hi Sonja. Hi Jan. Gibt's doch im Kleinen. Hier. Flenderstahl. Oh Leute, jetzt checken wir erstmal den Start. Zack, 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 zack. Das ist Blackie. Hi. Blackie fährt den Start, in ganz Europa. Hi Jenny. Hey. Ich bin jetzt da, ich stehe vor Tor 1. Super, das ging ja echt schnell. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Das ist Flenderstahl. Und das ist Flenderstahl aus dem Sauerland. Flenderstahl! Und auch hier wieder alles Stahl aus dem Sauerland. So Freunde, jetzt wisst ihr, wo der Stahl aus dem Sauerland herkommt. Total flexibel, mega zuverlässig und super schnell. Das ist Flenderstahl. Bis zum nächsten Mal.